Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Dieses Mal geht es um fünf Dinge, die du als Linux Einsteiger nicht tun solltest. Für diejenigen von euch, die bei Linux mal geguckt haben, was es da so alles gibt, da gibt es verschiedene Distributionen. Das sind Zusammenstellungen von verschiedenen Softwarepaketen, die in so einem Installationsmedium zusammengefasst werden, damit man es einfacher auf dem Rechner oder auch in der virtuellen Maschine installieren kann. Davon gibt es relativ viele verschiedene Distributionen, quasi wie Sand am Meer. Und da gibt es auch sehr spezielle Distributionen, also welche, die sich zum Beispiel an Gamer richten, an Inhalte, Ersteller, Content Creator, an Künstler für eingebettete Systeme, so was wie Klein-PCs und Hardware, die irgendwo verbaut ist, so wie eine Fritzbox und so weiter. Und viele, viele weitere mehr, die ein sehr eng umfasstes Aufgabengebiet haben. Als Einsteiger würde ich dir allerdings empfehlen, dass du eine Distribution wählst, die so alles Mögliche abdeckt. Also so eine Allzweck-Distribution, damit du von deinem vielleicht ursprünglichen Gedanken, was du mit Linux machen wolltest, dann auch mehr machen kannst. Denn mit jeder Distribution kannst du quasi Spiele spielen, kannst du Inhalte erstellen und so weiter und so fort, die so ein bisschen allgemeiner gedacht und gebaut ist. Wenn du dir jetzt überhaupt noch keine Distribution ausgeguckt haben solltest, die so ein bisschen allgemeiner ist, würde ich dir empfehlen, guck dir mal Linux Mint an. Ein weiteres Problem, was so ein bisschen mit dazugehört zu sehr speziellen Distributionen, die für ganz kleine Fälle gebaut wurden, ist, dass die nicht so viele Anwender haben. Bei Linux-Distributionen gibt es eine Community, die zum einen oder zu anderen Distributionen mit dazugehören, die euch im Falle eines Falles helfen können, die zum Beispiel in Foren den Hilfestellungen bieten, wenn ihr ein Problem habt. Und umso größer die Community und die Verbreitung einer jeweiligen Distribution ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass euch jemand helfen kann, beziehungsweise das Problem, was ihr habt, schon mal jemand anders gehabt hat und es deswegen schon eine fertige Lösung dafür gibt. Also sucht euch am besten eine Distribution, die eher weiterverbreitet ist, eher allgemeiner ist und wo viele Leute dahinter stehen und die auch unterstützen können. Neben Distributionen, die von Freiwilligen supported unterstützt werden, gibt es auch Distributionen fürs Firmenumfeld, wo eine Firma direkt dahinter steht, die sich aber auch eher an Firmen als Kunden richten, die über Support-Verträge euch denn auch Hilfe anbieten, aber eben nur gegen Geld. Oder auch Freiberufler, wie ich das bin, die bieten auch Hilfe an, aber eben auch bloß gegen Geld. Ja, also von daher, suche dir als Einsteiger eine Distribution aus, wo eine größere Community dahinter steht und vermeide welche, wo es keine gibt oder nur eine kleine. Damit hast du eher Probleme. Was ich auch häufiger mitbekomme, ist, dass Anfänger dazu neigen, die Distribution hin und wieder mal zu wechseln. Aus Gründen, die vielleicht nicht unbedingt für einen Wechsel zwingend sind. Und zum Beispiel, die Paket-Vorauswahl, die der Distributor zusammengepackt hat, ist nicht unbedingt das, was du haben möchtest. Also dir fehlt irgendwie ein Paket, das ist nicht mit drin, standardmäßig, und du möchtest eine Software nachinstallieren. Das lässt sich unter quasi jeder von diesen Allspeck-Distributionen auch bewerkstelligen, ohne dass du die Distribution wechseln musst. Genauso ist es viel mit der Desktop-Optik. Viele drücken dem Desktop ihren eigenen Stempel auf, so eine Art Branding, damit das so aussieht, wie das bei der jeweiligen Distribution so als Farbschema gedacht ist. Das heißt aber auch nicht, dass ihr dabei bleiben müsst. Ihr könnt das sehr weit anpassen. Ein anderer Punkt, der mir auch häufig irgendwie auffällt, ist, dass Benutzer, die von Windows zum Beispiel kommen, erwarten, dass sich ein Linux genauso verhält, wie das Windows vorher. Also, dass sie das Betriebssystem auswechseln, aber alles so bleibt wie vorher. Und das am besten auch pixelgenau, dass jedes Icon genauso dort liegt wie vorher, dass jede Software sich genauso installieren lässt wie vorher, und alles quasi so ist wie vorher, bloß anderes System drunter. Das werdet ihr so nicht haben. Ihr habt einen kompletten Systemwechsel vollzogen, und damit verhält sich vieles auch anders, weil es was komplett anderes ist. Wenn ihr jetzt von Windows auf Mac OS irgendwas umsteigt, werdet ihr das auch so haben. Da ist sehr, sehr vieles anderes, aber da nimmt man das irgendwie sehr billigend in Kauf. Da sagt man einfach, ja, das soll ja auch so sein. Und bei Linux soll es auch so sein, dass vieles einfach anders ist. Das heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist, es ist einfach anders. Und das bedeutet, dass es eine gewisse Ungewöhnungszeit einfach gibt. Und das wird euch eine andere Distribution auch nicht abnehmen, dass es wirklich so ist wie vorher. Also wenn ihr es nicht anders haben wollt, dann dürft ihr auch nichts Neues installieren. Ein anderer Punkt ist natürlich die Hardware-Unterstützung. Guckt am besten genau vorher, ob die Distribution, die ihr gerne haben möchtet, ob die auch eure Hardware überhaupt ansteuern kann. Guckt einfach mal genau nach, was ihr in eurem Rechner drin habt, oder gebt den Namen von dem Komplettpaket, wie auch immer, wenn es jetzt ein Laptop ist, einfach mal den kompletten Namen von dem Laptop ein, also Hersteller, genaue Produktbezeichnung und Linux in der Suchmaschine ein. Und dann werdet ihr üblicherweise dort finden, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Oder mit welchen Problemen ihr rechnen müsst. Also es gibt vielleicht einige Komponenten, die euch nicht wichtig sind, die dann nicht unterstützt sind. Dann könnt ihr sagen, okay gut, dann probiere ich das mal aus. Oder wenn es denn was sehr Essentielles ist, was ihr unbedingt benutzen möchtet oder müsst, dann ist vielleicht diese Distribution nicht unbedingt die richtige für euch. Also guckt dann lieber ein bisschen weiter, bevor ihr es einfach ausprobiert und dann frustriert seid, dass irgendwas nicht funktioniert. Dann gibt es natürlich auch immer wieder irgendwelche tollen Sachen, die so ein bisschen gehypt werden. Ja, das ist vielleicht interessant, aber als Einsteiger würde ich dir empfehlen, nimm eine Distribution, die eine etwas längere Entwicklungsgeschichte hat, die dafür bekannt ist, dass dir auch regelmäßig neue Versionen rausbringt, die sich darum kümmert, was eine Community und so weiter gibt. Also es muss nicht immer dein neuste heiße Scheiß sein. Damit hast du eher Probleme als wirklich Vorteile davon. Fang erst mal an mit was Allzweckmäßigem. Und wenn du dich insgesamt so ein bisschen in Linux und das ganze System eingelebt hast, dann kannst du immer noch wechseln auf was sehr Spezielles, wenn es denn unbedingt sein muss. Aber üblicherweise kommst du mit einer Allzweckdistribution genauso gut ans Ziel beziehungsweise du hast viel, viel mehr Möglichkeiten, was du damit machen kannst. Also von daher, wenn du noch nicht weißt, was du haben möchtest, schau dir auch genau die Projektseiten an. Also guck mal auf die Screenshots, ob es so ist, wie du es ungefähr haben möchtest, ob die ein Forum haben, wie sich die Leute da drin verhalten und wie sich die Community verhält und so weiter und so fort. Und gucke auch nach Erfahrungsberichten. Lieber erst gucken, dann installieren. Erspart eine Menge Frust. Etwas, was häufig auch nicht so gut klappt, sind diese Ruckumstieger. Also wirklich alles auf einmal umziehen wollen, alles mit Umziehen, Daten, Anwendungen, überhaupt altes Betriebssystem löschen und so. Mach das bitte nicht. Das führt sehr häufig eigentlich bloß in eine Katastrophe. Allein schon von der Erwartungshaltung dabei, dass das Ganze wieder so funktioniert wie vorher, hatten wir vorher schon. Also das ist eher unwahrscheinlich, dass das alles klappt. Von daher, macht eher so einen sanften Umstieg. Probiert das Ganze erst mal aus. Virtuelle Maschinen sind dafür eine sehr tolle Sache. Also ihr installiert die Distribution nicht direkt auf der Hardware, sondern in einem nachgebauten Rechner, einer virtuellen Maschine. Dafür könnt ihr zum Beispiel VirtualBox nehmen. Und immer wenn das hier so ein bisschen blau ist, dann ist da ein Link hinter. Und wenn ihr unten auf die Beschreibung zum Video geht, dann findet ihr auch, wo es diese Folien gibt. Und dann könnt ihr links da drin anklicken. Und das Ganze natürlich auch nochmal nachlesen, ohne dass ich was dazu erzähle. Ist manchmal ein bisschen schneller. Ja, also dieser sanfte Weg wäre, dass ihr eine Distribution direkt in der virtuellen Maschine installiert. Und damit mal ein bisschen rumspielt, ob das für euch wirklich was ist. Damit verliert ihr keine Daten auf eurem normalen System. Und probiert damit einfach mal ein bisschen rum, ob das in die richtige Richtung geht. Wenn ihr dann zur Erkenntnis gekommen seid, dass das Ganze eigentlich gar nicht so verkehrt ist, dann könnt ihr ein Live-Medium verwenden. Das gibt es für sehr viele verschiedene Distributionen. Da schreibt ihr denn eine ISO-Datei auf einen USB-Stick und könnt euren richtigen Rechner davon booten. Allerdings werden keine Änderungen auf die Festplatte geschrieben, auf die SSD geschrieben, sondern das Ganze läuft im Arbeitsspeicher und vom USB-Stick. Also ihr macht damit noch nichts kaputt. Dann könnt ihr überprüfen, ob eure Hardware-Komponenten funktionieren. Wenn das alles zufriedenstellen klappt, könnt ihr den nächsten Schritt machen. Dann könnt ihr Linux parallel zum Windows-Hack jetzt mal dazu installieren und bei jedem Hochfahren entscheiden, welches Betriebssystem ihr verwenden möchtet. Also es geht weiterhin nichts verloren. Ihr habt weiterhin euer gewohntes System und parallel auf echter Hardware euer neu installiertes Linux-System. Und dann könnt ihr auch Software, die es für beide Plattformen gibt, sowas wie LibreOffice, Gimp und so weiter und so fort, auf beiden Systemen installieren und über eine vielleicht geteilte Datenpartition die entsprechenden Dateien, also Textdateien, Bilddateien und Vektor-Grafikdateien austauschen und dann mal mit dem einen und mit dem anderen Betriebssystem mit derselben Software bearbeiten. Also das macht euch den Einstieg auch noch ein bisschen einfacher. Wenn ihr irgendwann zum Punkt kommt, dass ihr sagt, naja, Windows habe ich jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr gebootet, das brauche ich vielleicht gar nicht mehr, dann könnt ihr es auch irgendwann löschen und den Speicherplatz für Linux weiterverwenden. Mein letzter Punkt hat jetzt eigentlich nicht unbedingt was mit Linux zu tun. Es geht um das Sichern von Daten, um Backups. Also Daten sollte man regelmäßig sichern. Das kann ja alles Mögliche sein, irgendwelche Schriftstücke, Bilder, was weiß ich, irgendwas, was euch irgendwie wichtig ist, was man aufheben sollte. Das sollte man eher zu häufig als zu selten sichern. Denn im Falle eines Falles, ob das jetzt ein Hardware- oder Softwarefehler oder wenn ihr selbst mal blöderweise was gelöscht habt oder überschrieben habt, was ihr eigentlich noch haben wollt, dann ist es immer gut, noch mal einen älteren Datenstand zu haben, auf den man zurückgreifen kann. Also dass man es wieder herstellen kann, auch wenn da vielleicht jetzt ein paar Stunden, wie auch immer, an Bearbeitung fehlen. Aber es ist immer besser, als komplett von Null anzufangen. Backups könnt ihr natürlich per Hand machen. Ist natürlich besser als gar nichts. Ihr könnt wichtige Dateien hin und wieder mal auf dem USB-Stick kopieren. Aber das Ganze wird schnell lästig. Also von daher überlasst das einem Programm, was das für euch übernimmt. Unter Linux könnt ihr zum Beispiel Pika Datensicherung verwenden. Ist relativ einfach in der Anwendung. Und ihr könnt euch, ist auch in den Folien verlinkt, ein Video von Linux Guides dazu angucken, wie ihr das Ganze einrichtet. Also unabhängig vom Betriebssystem, macht Backups. Das lässt euch auch ruhiger schlafen. Ja, das war es dann für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Es hat euch gefallen. Ihr habt vielleicht ein bisschen was dazugelernt, besonders wenn ihr jetzt Einsteiger, Anfänger seid. Also für meine übliche Klientel, denke ich, war das jetzt nicht unbedingt was. Aber macht das gerne nach oder lasst es auch bleiben. Spielt gerne mal in der virtuellen Maschine mit einer Linux-Distribution rum. Wenn ihr sowas noch nicht gemacht habt, ansonsten abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Ja, da passt auf mich. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020